Das kann einen böse überraschen, so ein Auto, oder? Untertitelung im Auftrag des ZDF, So hören sich auch Slicks an, wenn sie zu kalt sind, ne? Das ist schon ein richtig schickes Sportgerät. Da geht man wieder hin. Das ist schon ein richtiges Sportgerät. 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 Das ist super geschmeidig. Liegt gut, ne? Schön ausbalanciert. Ja, auch von deiner Fahrweise her. Gerade wie man es vom Beifahrersitz auch empfindet, wenn du fährst. Es ist alles richtig schön gemütlich. Also nichts Hektisches, nichts Abruptes. So habe ich es gelernt. Das ist schon ein ganzes Sportgerät. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020